So Leute, da habe ich Kutscher richtig oft in Spandau gesehen, das war schön. Warte mal, ganz kurz, Spandau, 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 Spandau. So, erstmal herzlich willkommen zu einer... Das ist ja gar nicht die Map, die ich wollte. Auf einmal schreist du hier, ja, deswegen meinte ich doch, jeder fix ist Kacke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terror Stout. Ich entschuldige mich, dass jetzt die letzte Woche kein TTT bei mir kam und die Woche davor kein TTT von mir kam. Aber diese Woche kommt wieder TTT mit dabei. Eine ganz, ganz neue Ausführung der Superboys. Und wir haben einen ganz besonderen Ehrengast heute dabei. Es ist nämlich Jonny, der die letzte Aufnahme bei uns mitmacht. Und Wieland ist auch noch dabei. Das ist ein emotionaler Moment für mich, aber... Wieland von der Nasa ist auch immer sehr. Es ist viel passiert in letzter Zeit, Carla hat uns sitzen lassen, Jonny lässt uns jetzt sitzen, deshalb haben wir uns jetzt ein bisschen Ersatz gesucht, der zwar nicht ganz an Jonny rankommt. Und ich hab einen sitzen. Aber ein bisschen mehr Haare hat und das ist Wieland. Ah, Bart. Romatra war ein Shop, Romatra war ein Shop. Ich fand den Witz besser, als er ankam. Okay, Romatra ist einfach dumm gebrochen. Warum habt ihr den jetzt weggemacht in meiner Hand oder was? Ja, weil er Jonny Traitor ist und der wollte... Der ist so quasi gelaufen. Und dann ist er in der Wand gestackt. Oh, mega-Mindgame. Könntest du dir nicht mal so ein bisschen Welpenschutz geben? Der Junge ist verloren, Alter. Welpenschutz? Wie verloren? Ja, nur weil der dumm ist, dafür kann ich doch nichts. Hm, das klingt alles ein bisschen nach... Die Scheiße geht mir nicht mehr. Hier, guck, da, das mach ich zu... Ey, 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 okay, drück dich. Ey, du bist es halt hundertprozentig, du Fick-Mongo. Also... Naja, ist doch nicht scheiße. Schon ein bisschen laggy, oder? Null. Oh, Telefon, hallo. Oh. Hallo. Marcel Davies, eins und eins. Marcel Davies? Ist das da oben? Wir müssen da drauf gekommen. Hallo, Tim. Bis jetzt? Ich bin da. Bist du da raus? La-di-da, 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 la-di-da. Ist das hier? Ah! Äh. Philipp war Traitor. Hab ihn. Oh, wow, du alte Maschine. Holy shit. Äh, das ist Splatterman oder Bart, ne? Nicht davon ausgehen, dass ich dich Johnny nach fünf Minuten wegmachen lasse. Da oben ist... Ganz sicher? Du bist da oben. Ah, an der Seite. Der übelste Vorwand, mein Junge. Krasser Zauberer. Oh, Bart ist es! Basis-Traitor. Ja, der hat mich angeschossen, ich hab noch zwei AP. Aui, aua. 360. Oh, fuck. Ah, ich bin... Bist du gestorben beim Pfeil schaden, oder was? Ja, aber ich bin noch zwei AP. Wie bist du nicht tot? Ich hab auch so's in die Konsole aufgemacht. Man, du lässt dich einfach zu schlau, ey. Das macht keinen Spaß. Ich hab dir dreimal in die Fresse geschossen. Wie hast du überlebt? Kein Wunder, dass der sich so teure Kameras leisten kann. Ich würde jetzt gerne wissen, was Romatra nebenbei macht. Ich mach nichts nebenbei. Ich probier's zu verstehen, wieso ich hier überall Errors seh. Du, weil du die scheiß Dings nicht richtig runtergeladen hast. Na klar hab ich die runtergeladen. Ich hab das ein halbes Stück runtergeladen. Ich spiel mein Name. Wir bleiben jetzt hier. Hast du dir nur Gary's Mod runtergeladen? Und dann hab ich alles abonniert, was du gesagt hast. Oh, scheiße. Die, 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 die Granate. Und die Counter-Strike-Source-Texture-Packs, Half-Life-Texture-Packs hast du wahrscheinlich auch runtergeladen, ne? Ne, die hab ich nicht runtergeladen. Ja, super gemacht. Wie viel Spaß bei der PikMap. Ja, dann geh am besten jetzt nochmal raus, oder? Und lad das mal alles runter. Du musst nur Counter-Strike haben. Bei mir ist Johnny. Bei mir ist Bladermap. Hä, wo bin ich, Alter? Blad, 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 Blad. Ich nehm jetzt ein Bad, Blad. Jungs, Jungs, kurz mal. Ich bin in irgendeiner Kiste. Ah, ne, doch nicht. Äh, ja, bevor, bevor... Ja, in meinem Computer-Bildschirm. Hier ist so ein Geheimraum, den hab ich noch nie gesehen. Habt ihr den schon mal gesehen? Nö. Wo, wo, wo? Den Geheimraum. Den supergeheimen, supergeheimen Raum? Bei mir leckt es halt null. Bei mir auch nicht. Bei mir leckt es wirklich gar nicht. Hallo? Hier, warte, ich schieß mal. Komm mal zu mir. Ruhe, ich will die Schüsse hören. Oh, da muss ich gleich mal... Hier, warte. Wie war das andere? Hier, warte, wer ist das? Half-Life 2. Hier. Aua. Gibt's auch Seiten, wo du die Texturepacks einfach nur runterladen musst. Aua. Ich hab's nicht gefunden. Hier, warte, beim Les... Oh, bei mir ist Jona? Ja. Aua, in meinem Arsch. Oh, da bist du so dangerous bist, Philipp. Oh nein. Hier, guck, da ist ein Geheimer Geheimraum. Supergeheimer, supergeheimer. Wo seid ihr denn, Alter? Ich suche euch die ganze Zeit. Jungs, wir sind überall. Hier, hinter euch. Wir sind überall und nirgendwo. Jemand hat mir den Po geschossen. Alter, da wird man voll rumgebeamt. Hier, das ist der geheimer Geheimraum. Ohhhh. Geh rein da. Jemand hat mir in den Arsch geschossen. Aua. Auf einmal in den geheimen Geheimraum. Wo bin ich jetzt? Alter, der geheimen Geheimraum hat doch so ein Push-Ding, oder? Was seid ihr? Weiß ich nicht. Komm mal hinter das Haus drin. Wir sind im geheimen Geheimraum. Der supergeheimraum. Der supergeheimraum. Ah, hier. Ja, hier bin ich. Hi. Das ist der geheimen Geheimraum. Aber warum wird man hier zurückgepusht? Oh lol. Wie kann man das verhindern? Weiß ich nicht. Ich bin bei Christopher Papa Michael. Alle rein da. Alle rein da. Alle rein da. Ahhhh. Ich hab mich hier gar nicht bewegen. Ich hab mich hier gar nicht bewegen. Hecht? Auch nicht. Bart? Hier ist ne Leiche. Hier ist ne Leiche. Hier ist kein Blut. Wie seid ihr rausgekommen? Wo seid ihr hin? Wo bin ich? Das ist so, Tim. Sag mal. Oh mein Gott. Ich hab meine Institution. Bart war das. Bart war das. Bart war das. Nein, das war ich. Das war ich. Ich fand das aber sehr witzig. In dem Tunnel liegt ne Leiche, aber da ist kein Blut. Das ist bestimmt ein Boom-Body. Tim aimt auf meinen Kopf. Und ich hab das Gefühl, wenn ich stehen bleiben bin bin ich tot. Weil du ne scheiß fucking Insti da reingeworfen hast. Ja, ich hab ein bisschen Feuer gemacht. Ganz ehrlich, als ob du es nicht getan hättest. Doch. Hallo und? Nein, hätte ich nicht. Ich hab nämlich auch eine. Aber ich mach's jetzt. Wo seid ihr denn? Aber wir haben noch mehr Granaten. Lass einfach alles runterwerfen, was wir hier haben. Oder hat jemand die man umgeworfen? Jonas? Ähm, Splatterman hat gerade neben mir Johnny gekillt. Ja, Jonas. Äh, okay. Ich war gar nicht in der Nähe. Aber hey. Äh. Das glauben wir dir natürlich. Klar glauben wir dir das. Oh, da kommt ein Zug. Von wem war der? Ja. Nicht von mir an. Ja, irgendwas. Oh. 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 Oh mein. Hahaha. Hahaha. Ah. Zu einfach. Ah. Ah. Ja. Ich war's nicht. Vertrau mir. Hahaha. Hahaha. Alter Johnny, du dreckiger Ekelmensch, ne? Hahaha. Das hat sich nicht gut angefühlt, da in so einem kleinen Stübchen verbrannt zu werden. Hahaha. Du bist mir jetzt komplett daran gestorben. Ja, natürlich. Ja, ich auch. Ah. Ach so. Ich hab die auf die Leiter gestellt und hab die geblockt. Hahaha. Und dann bin ich hochgekommen zu dir. Okay. Ja, gut. Das, ähm. Ja, aber ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, aber ich hab, ich kam halt selber nicht weiter. Ja, du kannst aber nicht, weil du das letzte Mal dabei bist. Ja, das stimmt. Aber jetzt muss ich die Gelegenheiten ja noch ergreifen, die ich habe, weißt du. Wurdet ihr da unten auch die ganze Zeit hin und her teleportiert? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Darf ich eigentlich gelegentlich da noch dabei machen, wenn einer von euch nicht kann? Ja, gerne. Da freue ich mich. Hey, warum schießt du? Du kannst auch gerne in der WhatsApp-Gruppe bleiben. Du kannst auch gerne immer da sein. Die Gruppe ist das Geilste! Du kannst halt sagen, dass du liefst und dann trotzdem immer da sein. Das wäre richtig? Das ist voll smart. Äh, Fless, lebst du noch? Ja. So clever wäre ich nicht gewesen. Ich auch. Ich auch. Ja, deswegen müsst ihr auch nur Caster bei Summoners Inn. Das ist richtig. Ja? Äh, Johnny? Ja. Hallo Bart! Hallo Bart! Ich bin dein Beleid! Ich bin dein Beleid! Ihhh! 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 Ich höre aber schon deine Stimme! 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 Los geht! Reite los, Tim! Ich schieß den Kopf direkt! Ich schieß den Kopf direkt! Als Obis! Alter, schließ dich! Du musst es mir Kopf zu schießen oder nicht? Vielleicht, ich will ja nichts sagen, aber ich spiele letztes Mal sehr viel zu Skobin. Ich habe gesehen, wie gut das läuft bei dir! Aber ich hätte es verstanden! Hast du mittlerweile Leute, die mit dir stehen? Der Sterne muss man töten! So, Ruhe jetzt! Jetzt lassen wir mal Kutscher hier! F-Tick ohne Johnny! Ist echt so, ich glaube hier gar nicht zu Wort! Hallo? Hallo? Ich dachte, ich bin schon vermutet, oder? Man sagt sowas nicht, da muss ich immer raus tappen und nachgucken und dann habe ich meine Aufnahme verkackt! Oh nein! Ich habe mir in die Hose gekackt! Gibt es hier eigentlich von euch Fortnite interessierte Leute, die mit mir mal Fortnite spielen wollen? Klar! Ich habe zwar schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber... Der Krokodil! Oh man, der war super! Oh, Bs! Nur wenn wir es richtig spielen, so auf die Sneaky Art! Nein! Ach man! Wir wieder Ball spielen, das war voll toll! Echt? Nein! Ball war eine Qual! Oh! Geil! Warte, warte Leute, warte! Ich habe Johnny gesehen, ich habe Christo gesehen und ich... Mich hast du eigentlich auch gesehen! Bart! Bart! Kutscher! Da hat Tim sich wieder verraten, der alte Dummkopf! Tim, du Dummkopf! Du bist einfach zu dumm für dieses Spiel! Kann aber auch sein, dass Tim tot ist und dass es Christo war! Ich kenne auch John... Also einer von den beiden... Ah! Der ist im Tunnel unten! Ich muss nachleifen! Komm raus, Kutscher! Komm raus! Ich hole ihn! Recht, Kutscher! Macht auf! Wer hat denn jetzt zugemacht? Warte, ich Auge! Geht da rein! Warte, ich nicht... Alle rein! Warte, ich hole ihn mit seinen Teil gemittelt! Ich habe gar nichts! Dann geh doch rein jetzt! Ich kann nicht! Warte! Hier, nimm das! Rein! Ich bin da noch unten drin! Achso! Schaum! Meinte nicht irgendwer, dass man das Ingame umstellen kann? Ja, das habe ich in die Gruppe geschickt! In die Gruppe! Die Gruppe ist das geilste! Mit Admin oder Menu? Okay, das ist wieder so ein Fernseh-Ding, oder? Dann weiß ich wie das hier, oder? Die Gruppe ist das geilste! Mann! Oh Mann, ey! Ich war halt alleine! Das war... Forsche Panamera und 100.000 Euro in Bar! Geil! 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 Ähm! Wie geht das jetzt? Geht das die Frage? Die Voting? Ja! Webvote! Menüs! Chat! Chat! Ich bin innerhorn! Da gibt es ja nur noch einen Traitor, ne? Oh Mann, das ist ja kacke! Jetzt versorgt ihr wieder in die ganze Aufnahme! Also dementsprechend bist du es! Nee, 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 nee! Entschuldigung, man kann das jetzt hier als du! Oder vielleicht auch du! Aua, Tim! Egal! Die Aufnahme hat immer noch vier Minuten! Müssen wir da jetzt durch! Was? Vier Minuten nur noch? Ja, steht doch da oben! Ja, sorry! Aber den hat er verdient! Ja, ist okay! Ich wollte dich noch ein bisschen lower machen! Aber also... Äh! Wie sieht es aus bei dir? Achso! Ja, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht! Mega super gut, aber ich habe keine Ahnung, ob... Ich habe so... Ey, können wir mal ein bisschen mit dem Gesinger aufhören? Seid ihr eigentlich alle behindert, dass ihr die ganze Zeit singen müsstet? Ist das scheiß Waldorfschule oder was, Alter? Naja, teilweise ist es schon, ne? Schon ein klein bisschen! Singt man da eigentlich viel? Nee! In der Waldorfschule? Nee, da tanzt du immer nur! Da tanzt du nur, ja! Habt ihr in der Schule gesungen? Weil ich höre immer von Leuten, dass die auf Noto singen mussten! Ich musste sowas nie machen! Ja, wir haben auch gesungen! Singen war auch das Beste! Also ich hatte sowas nie! Cool, ja! Johnny singt immer, außer bei der Polizei! Man hat vielleicht mal so zusammengesungen zum Abschluss, aber so wirklich auf Note singen ist doch voll die Farce, Alter! Was? Was für Farce? Das war cool! Junge, wenn du nicht singen kannst, ist das doch voll einfach nur... Du kannst das ja lernen! Es ist ja nicht so, als wäre das angeboren und dann kannst du es nie lernen! Ja, dann lernst du bestimmt in einer Stunde in der Schule... Hä? Du hast ja halt ein ganzes Schuljahr singen gesungen! Aber du konzentrierst dich ein ganzes Jahr aufs Singen! Nein, natürlich nicht! Aber du hast halt immer zu jeder Musikstunde... Am Anfang singst du halt ne 50 Stunden so! Ja, da ist die Stunde vorbei! Ja, da sagst du nämlich nix mehr, Johnny! Singen auf Note, das ist genauso dumm wie Sport auf Note! Wahrscheinlich, weil Bart in geht... Bart, ist es! Nein, 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 nein! Oder Kunst auf Note! Der hab mich nur erschreckert! Warte, es ist! Warte, es ist! Warte, es ist nicht! Hä? Warte! Hä? Bart! Hä? Bart! No, Bart ist noch nicht tot! Der hat diesen Fake-Dings! Aha! Bart, du alter Schleiviner! Du Schleiviner! Oder du bist Bart! Hier ist ja was drinne! Oh! Ah! Ah! Der Dodge! What?! Wuh! Ich will mich übrigens nicht von jemandem behindert lassen, der mit seinem Kinn 90 Grad Winkel zeichnen kann! Dankeschön! Was soll das denn jetzt? Ja, du hast vorhin gesagt, wir sind behindert, weil wir singen! Dachtest du nicht! Na! Außerdem, wenn du mit deinem Kinn keine 90 Grad Winkel zeichnen kannst, dann wirklich Gedanken wegen deiner Heizkostellatur machen! Ah! Das macht Johnny immer! Das macht er nur, wenn er Traitor ist! Ah! Weißt du nicht, was dieses Kinn-Shaming immer soll von dir, Chris? Fühlst du dich dann besser, oder was? Ja, du shamst mich doch auch für alles! Nö! Ich finde, du bist übel der hübsche Boy! Und sagte das auch andauernd! Du auch! Bart, du bist wieder da! Ja? Ja, ja! Ich würde mal sagen, ich habe hier eine Solo-Runde gewonnen, ne? Also nur mal so! Ja, gut gemacht! Bis auf Johnny finde ich in der Runde generell alle relativ attraktiv! Ja, ich finde Johnny saugeil, muss ich sagen! Besonders als er jetzt immer wieder beim Friseur war! Johnny sieht aus wie ein erfahrener Erwachsener! Als ich in Maxims neue Patch-Notes-Rundown gelesen habe! Beste Format übrigens, weil ich zu dumm bin, selber Sachen zu lesen! Fand ich dich sau-sexy mit der neuen Frise! Weißt du woran das liegt? Weil er ein Handtuch für seine Haare hat! Wie lange brauchst du noch? Ah, da ist er ja! Hey, das war schon wieder Tim, oder? Nee, diesmal war ich es nicht! Wir haben wieder zwei Traitor, ne? Oh! Oh, diesmal war es Tim! Diesmal war es bis zu Splatter-Bell, weil du gar nicht erinnern hast! Nee, Tim, nicht schieben! Ich habe nur so eine Kack-Mack-Deck! Aber ich habe gar nicht mehr Speed! Ich war jetzt einmal Traitor in dieser Aufnahme! Das ist doch wirklich Schiebung! Ich wusste gar nicht, dass man hier runter kann! Wenn wir die Runde schnell beenden hast, dann haben wir eine Chance! Was ist das denn hier? Okay, ich blöde jetzt schnell alle! Das hat übrigens gar nicht funktioniert, gell! Ich habe immer noch alles lila und alles auf Error! Du scheinst sehr, sehr schlau zu sein! Gut, dass du Bachelor in Raketenwissenschaft bist! Gut, dass wir dich ins Eis schicken! Du bist ja jetzt Astro-Maut, oder? Nee, wir sind Astro-Maut! Astro-Maut! Ist der in Österreich, oder was? Nee, das ist die Maut für Astro-Gewitter! Will jemand mit mir russisch Tourette? Ja! Ja! Super! Super! Bliat! Bliat! Hier besser! Hallo, Jody! Hallo, Tim! Hallo! Immer wenn ich Johnny angucke, muss ich in Bewegung bleiben! Immer wenn ich Johnny angucke... Weil wenn Johnny und ich uns angucken, ist der Erste, der richtig Bock auf den Triggerfinger hat, der Gewinner! Ah! 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 Tim ist Traitor. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wer hat denn da gerade so im Takt geschossen? Das war ich. Danke, danke, danke. Können wir den auf den Tisch legen oder so? Und dann obduzieren? Das war doch mega dumm, der hat einfach mir und Dicks in den Rücken geschossen. Okay, warte mal. Kann man den Kopf bitte öffnen? Alter. Okay, also Flash hat ihn gekillt und er hat auch... Ja, ich bin safe. Ich mein, du kannst doch deinen Traitor. Nö, ich hau dir jetzt mein Kind in die Fresse. Was machst du denn da mit dem? Mach ich beide auf den Tisch? Oh, das ist smart. Oh Gott. Wie du einfach in meiner Shotgun gestackt bist. Ich hatte einfach nur deinen Kopf drin. Wollen wir es mit dem Druckladen, wenn Johnny nicht mehr da ist? Wollen wir denn nur Folgen die Woche? Das sind jetzt natürlich die wichtigen Fragen. Ich hab ne Theorie. Ne, dann machen wir die Spezial-Community-Folge. Wir laden einen aus der Community ein. Schreibt jetzt euren Lieblingssong und euer Alter in die Kommentare. Ey, Johnny ist es! Johnny! Vielleicht gewinnt ihr die Wildcard für die Detailcard. Ich denke, Johnny ist es. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hier liegt die Leiche. Da oben ist er doch, oder? Ist das Johnny? Ich seh's nicht. Nee, das ist nicht Johnny, glaub ich. Nee. Wer ist das? Das ist Johnny. Ich glaub nicht, dass das Johnny ist. Oh, er hat nen Pfeil, er hat nen Pfeil! Er hat nen Pfeil! Kann mal einer Johnny mit dem Getöten kommen? Nee, das ist jetzt nicht cool. Ich muss kurz nachladen, ist das okay? Ja. Okay, danke. Bist du jetzt ready? Ah! Nein, ich hab keine Munition mehr! Oh, außer Luft geflüchtet. Ja, Leute, das war ne weitere Folge. Trouble in... Trouble... Trouble... Darf ich uns eine Frage stellen? Tim, warum hast du da geschossen? In Gottes Namen? Boah, es war echt voll langweilig, die ganze Zeit im Kreis rumzulegen. Äh, ja, scheint auch beim nächsten Mal wieder ein. Morgen gibt's die Folge bei... Mia scheinbar, auf geht's! Und abonniert bitte auch meinen Kanal mit Twitch Prime, ne? Tschüss! Bei Jona am Samstag, super. Warte mal, nee, nicht Minecraft 10! Ach, fick mich!